So, ich chill hier gerade fett meine Base bei meiner Oma. Hier ist das Nachthemd von Herodes. Und da viele ja mal nach Intergrund-Hinfos gefragt haben, wie wir so drehen. Ich habe jetzt hier voll den MacGyver-Clu am Start. Da, kann man sicher gut sehen, ist jetzt ein Plexiglas drin. Da kommt dann noch Folie drauf, dann ist es von außen ein Spiegel. Und von innen kann man dann hier die Kamera, das Display hier so wundervoll einklappen. Die Kamera da reinwursten. Und dann top secret mit dieser Tasche ab Arm oder in der Hand. Hier ein Soft-Protodrehen zum Beispiel. So ungefähr wird das. Kann man hier so rum. Zack, zack. Man schillt seine Base so, läuft so rum, schillt seine Base, findet hier diesen Gappenzwerg, prankt den hier. Ich habe da in die Nase. So, ja, man sollte diese Klappe hier vielleicht noch hochhalten. Aber nochmal hier, ich habe seine Nase. So ungefähr. Es ist noch nicht perfektioniert, aber es ist übrigens mehr geil. Ich hoffe, der Ton dadurch geht noch halbwegs klar. Jo, ansonsten... Penis out.